So und damit wieder herzlich willkommen bei Tile Tasmanian Tiger. Ich will jetzt erstmal was ausprobieren mit den Boomerangs. Und zwar weiß ich nicht genau ob das Eis war vorhin. Wenn ja, dann wäre es nice. Dann würden wir nämlich weiterkommen. Ich schau mal eben. So. Bist du ein Eisblock? Ja. Sehr gut. Oh. 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 Okay. Der sah aus wie wir. Ich denke mal, das könnte irgendwann ein Endgegner von uns werden. Ah, und hier sind neue Portale. Wir haben also neue Welten, die wir machen können. Okay. Gibt es hier noch irgendwas? Nein. Nice! Da bin ich ja mal gespannt. Ich gehe erstmal... die Brücke am Teil. Gehen wir erstmal hier rein. Das hast du gut gemacht, mein Freund. Deine Informationen sind unbezahlbar. Jemand will mich also davon abhalten, alle Talismane zu bekommen. Natürlich wird er keinen Erfolg haben. Das nervige Säugetier soll endlich gestoppt werden. Ja, Sir. Zu Befehl, Sir. Ja, Sir. Zu Befehl, Sir. Diese Talismane sind so gut wie mein. Phase 2 einleiten! Hm. Ah, es gibt nichts Schöneres als einen Flussarm im Mondlicht. Mal abgesehen von einem Flussarm im Mondlicht voller Kakerlaken, Spinnen und Fledermäuse. Oh, nice. Also, eine neue Welt. Die Opare sind blau. Sieht sehr schön aus. Ähm, ich gucke mir erstmal kurz die Karte an. Okay. Okay. Wollen wir mal. Erstmal hier ein bisschen mich rumgucken. Aha. Ist nichts mehr, ne? Ich lasse da drüben was rum. Ah, da unten sind auch noch welche. Oh. Okay. Okay? Wollen wir ihn mal rein? Ah! 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 Da ist denn erster Baby! Nice. Schnell schwimmen kann er ja. Das wäre immer nice, wenn er schnell rennen könnte. Okay. Dann wollen wir mal weiter. Oh! Ich weiß immer noch nicht, was das hier ist. Die sind durchsichtige Dingern. Ach nee! Ach, die sind aus Eis gewesen. Okay. Okay. Aber was sind denn das für Dinger? Okay. Aber was sind denn das für Dinger? Das ist ein Speicherpunkt. Oh! Wiese Spinner. Ah, die kann ich... Ach so, doch. Ein Zahnrad! Oh, das Level ist voll cool. Mal was anderes! Da oben ist auch noch einer. Wo komme ich denn da hin? Oh! 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 Voll viele! Hm. Ich wette, wir werden irgendwann noch so ein Sprung oder so. Für manche Sachen kann ich das echt gut gebrauchen. Im Moment weiß ich nicht. Im Moment weiß ich nicht, wie ich da hochkommen soll. Nee. Ich weiß es im Moment noch nicht. Verdammt! Okay. Die sind ein bisschen schwieriger, diesmal die Endgegner. Aber das kriegen wir alles hin. Ah, warte mal. Von hier oben. Oh! Da ist er was. Von hier oben. Könnte ich es schaffen. Nein! Ich bin zu früh gesprungen. Ach nee. Jetzt aber. Ja, ja. Los! Juhu! Okay. Kannst ja wieder weitergehen. Sonst war hier nichts mehr, ne? Okay. Erst mal mich hier ein bisschen umgucken. Da oben ist auch noch was. Oh! Hi Baby! Hä? Wieso leckt die Spinne noch? Wo ist die? So, jetzt aber. Boah, die ist ja ganz schön hartnäckig. Mein, 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 mein. So, ich darf hier nichts übersehen. Hier ist ein bisschen dunkel. Da oben muss ich auch noch irgendwie kommen. Aha. Bin ich ja mal gespannt. Um diese komischen Karten zu bewirken. Hier sind... Oha, zwei von zwanzig erst. Krass. Ja, ich hab die ja jetzt in einem anderen Level. Da konnte ich die ja noch nicht freischalten. Aber das werden wir, denk ich mal, irgendwann noch machen. Oh Gott, hier wimmelt es ja nur von Spinnen. Shit. Oh Gott. Hilfe. Da ist noch eine. Krabbelt aber auch so schnell. Alter, die wollte auf mich drauf springen. So. So. Jetzt aber. Sauber. Drei Stück. Das kann doch besser werden, wenn wir jetzt hier hochgehen. Da ist noch einer. Da ist noch einer. So. Okay, dann machen wir mal da rüber. So. Boah. Im Dunkeln sieht man die aber auch echt schlecht. Diese Bumerangs geben mir ja wenigstens noch ein bisschen Licht. Das ist echt gut. Da unten ist dieser Typ schon. Aha. Hier versteckt sich auch was. Ja, ja. Man sollte immer in die Ecken gucken. Die, na kakalake. Ui. 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 Was hat der denn zu sagen? Ui. 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 Ich bin so froh, dich zu sehen. Dieser Tyrann Neddy hat alle Lichter ausgeknipst, die mir den Weg nach Hause zeigen. Und jetzt weiß ich nicht weiter. Es ist nicht so, dass ich Angst im Dunkeln hätte, aber... Oh, ja, könntest du mich wohl nach Hause begleiten? Aber klar, Ro... Okay, das ging ja schnell. Ähm, gut. Hä, den hab ich doch eben schon angemacht. Komm her. Ich bring dich nach Hause, mein Guter. Aber in der Zwischenzeit guck ich mich trotzdem nicht um. Bleib doch mal hier. Alter. Was ist denn hier oben noch? Ah. Okay. Ah, das mach ich aber erst nachher. Ich bring den erst mal nach Hause. Und nachher kann ich das alles in Ruhe machen. Okay. 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 Ah, mein Guter. Okay. Nice, nice, nice. Ja, du bist ja gleich so. So, komm her. Oh, jetzt. Hier ist kein Ding. Ach doch. Ach doch. Wollan. Hier? Okay. Ja. Ledermaus. Warte, ich sehe hier echt nicht. Kommt der? Ja. Mann, Mann, Mann. Wo ist er? Da. Komm schon. Zu Hause ist es doch am schönsten. Ich habe es dank dir geschafft. Du weißt das vielleicht gar nicht, aber ich habe eine tolle Sammlung von Amulettsteinen. Du musst einen annehmen. Aber natürlich. Okay. Hier würde man, glaube ich, wieder zurückkommen. Sonst ist ja nichts. Okay, da kann ich nicht hoch. Gibt es hier nichts irgendwie versteckt oder so? Oh, hier kann ich ja auch hoch. Cool. Kann ich... Aha, da haben wir doch was. Cool. Hat sich gelohnt. Ich gucke mich nochmal kurz hier um. Kann ich da hinten noch was machen? Ich glaube, hier scheint nichts mehr soweit zu sein. Okay, ich würde sagen, wir beenden hiermit erstmal den Part. Und das nächste Mal schauen wir uns dann noch ein bisschen hier um. Wir haben ja noch ein bisschen was zu tun. Ja, eine Menge sogar. Wir haben schon mal ganz gut Opale gesammelt und schon mal drei Bilbys befreit. Und die Mission erstmal gemacht. Und ja. Heize Dennis Haus. Okay. Das nächste Mal machen wir die anderen Aufgaben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.